Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play 4 mit Paxes und ja, wir wollen mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Okay, hier geht's nach oben. Mir hatte ich gesagt gerade nicht mehr ganz sicher, ich hab ein, zwei Tage nicht mehr gespielt, wo wir jetzt genau lang müssen, aber ich denke, wir sind hier auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. So, das sammeln wir mal ein und das. Ei, wir haben ja gar nicht mehr so viel Energie, ich nehme mal ein Medikit, vorsichtshalber. Gehen wir mal hoch und schauen, was es hier oben noch gibt. Okay, hier waren wir anscheinend aber auch schon mal, da fallen wir nur runter. Die Treppe ist kaputt, ah, zum Glück haben wir noch mal oben vorbeigeschaut. Hier scheint es ja noch ein paar Schlägereien auf die Hand zu geben. Erstens haben wir jetzt wieder Munition für das Dingens, dann haben wir wieder einen kleinen Boost, ein kleines Medikit. Ja, hat sich gelohnt. So, dann schauen wir mal, ich weiß nicht, hier oben scheint es nicht weiterzugehen, oder? Geht's hier oben weiter? Ne. Wir müssen also auf jeden Fall runter. Kommt ihr so vor, da hältst das Licht extrem kurz? Was ist denn hier los? Also wir scheinen schon mal nicht hier lang zu können, aber wir müssen dann selber zurück. Oder? Hier geht's auch nicht lang. Ich bin gerade extrem orientierungslos. War kein guter Platz zum Speichern und Stopp machen. Müssen wir hier lang? Ja, hier war's doch gerade, oder? Ja. Hier geht's auch nicht lang. Hier geht's lang. Hm? Moment. Ich bin doch von hinten gekommen, oder? Ich bin doch von hinten... Ich bin doch von hinten gekommen. Muss ich wirklich wieder zurück? Ich geh mal zurück. Ich geh mal... zurück. Ich... Ja, ich muss höchstwahrscheinlich hier lang, oder? Oh. Ja, ich muss hier lang. Gut. Gut, dann haben wir jetzt erstmal unseren Weg wieder... Was ist zur Hölle? Ah, fuck! Hab ich gedacht, dass das Ding kommt von hinten. Warum steht er denn da? Der Eggert versteckt sich. Was ist denn da los? Fuck. Fuck! Ach, das haben wir aber auch dumm angestellt, ey. Okay, sechste Mal gestorben. Okay, gehen wir erst nach oben, weil das ganze Zeugt ja noch hier. Oh, scheiße, man. Haben wir eigentlich Granaten? Ja, eine haben wir noch. Aber auf so engen Raum kann ich die dann sowieso nicht einsetzen gegen den Dicken. Ich werd mal die Waffe nehmen, weil die brauchen wir. Weil die hat schön Power. Unsere kleine Energiewaffe. Hm? Hier gab's sonst nix mehr. Ich glaub, hier drüben in dem Raum gab's noch was. Hm? Hier. So. Okay, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit der Waffe hier das Ding schnell genug down bekommen. Ach, ich... Boah, ich war so erschrocken. Kreis, ey. Wo kommt der denn her? Hier. Ach, da kommt durch ein Loch in der Wand. Alles klar. Was ist denn lang? Komm schon, Baby, beeil dich. Oh, fuck. Haben wir aber ordentlich Medi-Kids verschwendet dafür jetzt, ey. Aber auf so engen Raum hier hätt ich lang gemusst, ey. Ich idiot, ey. Das hättet man auch schlauer anstellen können. Hab ich schön verbockt. Fuck. Jetzt können wir nachher die Waffe wieder wechseln. Ah, nichts schreiben. Oh, Baby, Baby, Baby. War das krass. Puh. Puh, hu. Ho, ho. Ich bin immer noch etwas. Aber okay, Checkpoint. Okay, die haben alle keine Knaufel mehr dran. Da können wir also nicht langen. Munition wieder auffüllen. Es wäre aber ganz cool, wenn wir ein paar Medi-Kids finden würden, weil da sind wir gerade echt. Da sind wir gerade echt ziemlich schlecht. Stück mit. So. Alle, die wir von hier aus abschießen, brauchen wir später nicht abschießen. Ich dachte, da drüben hab ich auch was gehört, aber ich seh keinen. Ah, fuck, da ist einer. Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Der ist so dunkel. So. Haben wir den auch weg? Sonst dürfen wir jetzt glaube ich keiner sehen, oder? Nö. Dann gehen wir mal weiter. Nehmen noch mal ein Medi-Kid. Vollwärme eh nicht. Wir haben es ja nur noch zwei Stöke. Aber wie gesagt, Es wird ziemlich eklig, wenn wir keine mehr haben. Ich hör jetzt nix mehr. Ist wieder ganz still. Hab ich allerwicht, oder was? Sieht gut aus. Kann ich jetzt, kann ich hier drüberspringen? Oh, fuck. Hier war noch jemand. Da ist auch noch jemand. Oh, fuck. So, down. Down. Das war's jetzt aber, oder? Also ich hab die Waffe genommen, mit der halt deutlich besser auf Distanz zielen kann und schießen kann. Und natürlich, damit die mit einem Schuss tot sind, weil wir wollen ja nicht so viel Energie verlieren. Kann ich hier drüberspringen? Weil ich darf ja auf Garantie nicht reinfallen. Och. Zum Glück, ey. So, Medi-Kids, Freunde. Medi-Kids. Ich brauch Energy. Oh, an den Hubschrauber. Na ja, hast du das Medi-Kid schnell nehmen? Ist hier niemand? Oh, fuck, fuck, fuck. Von wo? Von wo? Ah, von dort oben. Okay. Dann das kleine Spiel nochmal. Ich wär aber... Ach, wir kriegen ja sogar eine Medi-Anzeige, sehe ich gerade. Seht ihr das? 10,5, 10, richtig geil. So. Ach, dort oben ist er. Ach, ich hab viel zu tief geguckt. Verdammt. Zum Glück trifft der Typ uns nicht. Noch jemand? Sieht nicht so aus. Ach, da ist jemand. Fuck, von dort oben schießen die auch noch? Oh mein Gott! Was ist denn hier ein OS-7 mal gestorben? Die sind ja überall! Das ist ja richtig schwer. Fuck, ey. Kein Wunder, dass man die Waffe hier findet, ey. Scheiße, diesmal, wenn der andere nicht mit meinen Schuss fällt. Komm. Komm. Na komm! Will einfach nicht. So, da war halt drüben einer. Ja, das wäre eine Verschwendung, wenn ich für den Typen jetzt die Waffe nehme. Switchen wir mal. Hab ich ihn da drüben erwischt? Okay, den hab ich erwischt. Sehr schön. Ich glaube, ich kann hier auch einfach durchrennen, wollte ich gerade sagen. Ja, war nicht so eine tolle Idee. Aber ich denke nicht, dass wir nochmal auf die stoßen, oder? Stoßen wir nochmal auf die? Na, ich lasse das einfach mal. Munition sparen, etc. Okay. Ich bin so dumm, das gibt's doch nicht. Warum stelle ich mich denn da so offen hin? Achtmal gestorben. Was mache ich denn gerade für ein Scheiß? Ich bin zu übersinnig. Ich bin zu übermütig. So, ich bin so dumm. Ich mache das hier mal ganz straight vorwärts langsam. So, wie es sich gehört. Diesmal kommt er wohl gar nicht, oder was? Was ist denn los? Vielleicht jedes Mal schwerer. Da drüben ist ein einer. Fuck, ich muss jetzt nachladen, wenn ich hier gerade schieße. So, jetzt nehmen wir den anderen da drüben runter. Ich bin hier noch drauf. Ich bin hier noch drauf. Hä? Warum treffe ich denn den nicht? Was ist denn das? Ich verschwende hier einen Schuss nach dem anderen, weil die einfach nicht sterben wollen. So. Was ist denn das? Eieieieiei. Sehne mal gestorben. So zielerfüllt. Jetzt darf ich nicht mehr sterben. Ey, was ist denn das? Was mache ich denn für ein Scheiß? Fuck. Das wäre ein dreckiger Dreck, ey. Ach, Mäusel. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? So, einer weniger. Ich könnte ja auch mal einfach speichern. Na, das mache ich denn jetzt nicht. Vor dem Sprung speichere ich. Hä? Ah, jetzt kommen wir erst. Das war's, oder? So, speichern. Okay, sehr schön. Okay, sehr schön. Okay, müssen wir hier oben gucken. Ich glaube, da waren zwei oder drei hier oben, oder? Ah, ich sehe zumindest gerade niemanden mehr. Da ist auch keiner mehr. Okay, langsam. Jetzt speichern wir erst nochmal. Safe Game. So. Dauert ja nicht lang. Und jetzt gehen wir langsam mal hier runter. Und anscheinend. So, mit dem Rücken zur Wand. Da ist doch noch einer. Da ist doch noch einer. Hahaha, der hat mich nicht getroffen. Ich wusste erst doch, dass da noch einer ist. So, jetzt nicht mehr an den Rücken schießen lassen. Okay. Ah, da drüben ist einer. Da ist noch jemand. Da ist auch noch einer. Oh mein Gott, jetzt kommen sie aber hier in Massen. Weg. Komm schon. Weg. Weg. Na also, es läuft doch. Ich bin doch cool. Ich bin doch... Ist doch alles cool. Ist doch alles cool. Ist doch alles cool. Wie kommen denn bitte schön hier noch? Verdammt. Weg. Warst du's jetzt? Da oben ist da noch einer, oder? Na, da ist noch einer. Komm. Hahaha, hast du jetzt davon. Dass du aus deiner Deckung rauskommst. Das war's jetzt aber, oder? Drüben scheint auch niemand mehr zu sein. Okay, okay, okay. Okay. Jetzt können wir mal weiter im Text hier. Ah ne, ich speichern erst mal. Nicht, dass ich jetzt doch irgendwo wieder sterbe und alles nochmal machen muss. So. Ah, Waffe. Sehr geil. Raketenwerfer, oder was? Hm, wie viel Munition hab ich noch von dem anderen? 23, nee, 28 Schuss. Nee, die Waffe ist geiler als der Raketenwerfer. Da behalten wir die. Aber wobei, von der Waffe haben wir auch noch noch 23 Schuss. Na ja, egal. Trotzdem, die ist nicht so. Die bringt gar nichts andere Waffe. Die Raketenwerfer schießt eh immer gleich... Oh mein Gott. Immer gleich drei ab. Ja, scheiße. Das kannst du laut sagen. Okay, mindestens einer muss ja noch irgendwo sein. Man hört ihn. Ah, da ist er. Boah, Sturmangriff. So. Das offene Gelände ist richtig beschissen. Ich muss gucken, dass hier nicht wieder irgendwo welche Fenster sind, von denen, die die Scharfschützen mich da abballern. So. Okay. Dach sicher. Dach ist gesichert. Jetzt kommen wir wieder rein ins Gebäude. Ich weiß gar nicht mehr, was unsere Mission ist. Ich glaube, wir müssen immer noch Alice Wade finden, oder? Ich hab mich recht im Sinne. Oh oh. Verbrannte Leichen. Das riecht hier wieder nach diesem komischen Typ. Ach nee, Quatsch. Das war ich ja. Haha. Stimmt. Das war ich ja von da drüben. Na gut, dass ich die alle von hier drüben erschossen habe. Dann. Hab ich's jetzt leichter. Medikit wär richtig geil. Medikit wär richtig geil. Medikit. Aber es gibt keine Medikit. Schade. Aber immerhin richtig viel Munition. Zum Glück hab ich die Waffe behalten. Ey, richtig geil. 43 Schuss hab ich jetzt von der. Hätte ich die andere Waffe genommen, wäre es richtig eklig geworden. So. Auch nicht schlecht. Würde sagen, dann werfen wir mal eine Bombe rein. Sag bloß, dass sie ihn rechtzeitig... Ach nein! Da hätt ich doch lieber auf sie geschossen. Sie hätte mehr gebracht. Wenn ich auf sie geschossen hätte, wäre der Erster nämlich gleich tot gewesen. Was? Munition ist alle? Fuck. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Da ist es zu dunkel da hinten. Ich geh mal hier rein. So. Und hier haben wir auch einen Medikit. Sehr schön. Wir haben nur noch vier Stück, ey. Wir müssen echt ein bissl haushalten. Voll Energie. Oh nein, wenn er da drüben schießt. So. Fünf Stück ist das besser. Ich seh wieder nix. Zu viel Staub! Ich weiß, die können sogar Leiter hochklettern. Ist ja cool. Die krassen Sickos, ey. So, weiter im Text. Ist da drüben noch jemand? Hallo! Sieht nicht so aus. Na, geht ruhig. Na also. Was ist denn hier los? Jetzt. Kommen wir nicht rein. Okay, die Waffen nehmen wir mal noch mit. Und dann springen wir mal hier rein. Lasst mich raten. Da geht ne neue Mission los. Also wieder so ein Bildschirm halt. Hui! Ne, doch nicht. Okay. Hab mich gehört. Bitte nicht wieder irgendwelche Locate-Rammelmeyer-Industriere. Compound. Okay. Na ja, Auftrag oder was? Hältes Wait. Also, ja, gehen wir gleich. Ich weiß nicht, ob hier in dem einen Raum noch was lag. Ich möchte eben nochmal nachschauen. Genau, ich wusste noch! Medikits, die brauchen wir nämlich so dringend. Weil wir ja bekanntermaßen nur... Was ist denn hier los? Was hält mich auf? Bekanntermaßen ja nur fünf Stück haben und noch nicht mal... Doch, volle Energie haben wir jetzt wieder. Durch diesen komische... Durch diese komische... Ähm... Ach, Jungs, Jungs! Durch diese komische Spritze. Okay, jetzt gehen wir zu Alice Wait. Achso, die ist gefangen! Oh mein Gott! Oh, fuck. Beeilung. Ich muss die retten. Ich denke, ich habe mich doch etwas verliebt. Ah, ich kann mein Licht nicht anmachen. Nur mal so nebenbei. Ich kann mein Licht nicht anmachen. Nein, warum denn nicht? Jetzt... Okay, Licht ist aus. Jetzt kann ich es wieder anmachen. Okay. Ist immer noch so komisch. Komische Grafik. Alles verschwommen als... Sie hat mir sehr viel erzählt. Was denn? Hast du dich doch nicht etwa umgebracht, oder? Nein! Ah! War wieder nur so ein blöder Trick von ihm, ey. Die lädt dann aber doch noch. Hoffe ich doch zumindestens mal. Hier standen die... Äh, standen... Standen die auf jeden Fall. Wir standen da drüben. Mal weiter am Text. Geht das wieder los, ey. Der soll aufhören mit seiner Scheiße. Der soll aufhören mit dem Kopf raus. Ist hier oben das Mädchen? Ich glaube. Dann gehen wir hier lang. Ich will hier lang! Verschwinde von mir. Bleib fern. Wir kommen noch nicht lang. Na gut, dann gehen wir halt doch wieder zu den Mädchen. Aber wir zielen auf sie. Nee, doch nicht. Wir werden mal langsamer. Oder? Ach, keine Ahnung. Fuck, Alter. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Fuck. Ah! Fuck! Jedes Mal. Was sind das für komische schwarze Geister immer? Diese hässlichen Schatten. Die können mich auf jeden Fall verletzen. Da hab ich keinen Bock drauf. Das war also mal ein Klo. Aber nur ein Pissoavis aussieht. Da gut, hier könnte auch noch ein normales Klo gewesen sein. Das war ja noch ein Klo. Ach, jetzt ist gar keine Glasscheibe drin. Okay. Okay. Aha, jetzt eine neue Mission. Fierpoint Man successfully eliminated Replica Force, attempting to secure Helicopter crash site, and is now on route to a... Was? Abandoned. Rammelmeier industrial. Okay, wir haben erfolgreich die Replica-Soldaten vernichtet. Und die sind jetzt auf dem Weg zu diesen Rammelmeier-Industrie-Dingens da. Alice Wade believed to have been captured by Paxton Fettel. Okay, wir glauben, dass Alice Wade get... Kit... 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 Zur nächsten. Hier geht's nicht rein. Ein Fernseher ohne Anschluss, der trotzdem ein Bild zeigt. Okay. Danke für die Information, kleines Mädchen. Aber mittlerweile braucht es schon mehr, um mich zu erschrecken, als so eine kleine elektronische Spielerei. Hab schon viel Scheiß erlebt. Oh. Oh, hallo, hübsche Frau. Ich denke, es ist ein schützendes Gitter zwischen uns. Die scheinen wieder Bock zu haben, mit mir zu spielen, oder? Toll, wie ich das viel zu spät gerafft habe, muss ich zwei seien Typen stehen. Der hätte ich wieder einen schönen Down holen können, um Munition zu sparen. Verdammt, wenn hätte ich die andere Waffe nehmen sollen, auf die Distanz. Hätte ich drei Schuss gebraucht. Gut, jetzt dürfte es auch nur noch einer sein. Ich sehe nichts. Ich sehe ihn nicht. Na, das geht doch. So, Munition einsammeln. Gucken, was so abgeht. Nicht viel. Also, der nicht, aber der andere Typen hat ja sogar noch das Maschinengewehr ganz vom Anfang. Das ist ja peinlich, ey, dass man sowas rumrennen muss. So, die Waffe brauchen wir nicht. Und hier geht's. Die ist zu, aber wir kommen ja hier durch, wie es aussieht. Na. Und zack. Und drin sind wir. Drinnen sind wir. Wieder sehr dunkel. Ah, jetzt kommen wir wieder hier zu den Hausmeisterräumen, wo wir wieder unsere Kanister voller Farbe und sonstigem einsammeln oder finden zumindest. So, jetzt haben wir wieder neun. Was mache ich denn? Jetzt haben wir wieder neun Medikits. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Scheiße, aber das ist schlecht. Die überleben das oder was? Was ist denn da los? Die sollen sterben. Oh, es sind aber viel. Vier Stück. Zähle ich jetzt schon. So, vier Stück erledigt. Wir nehmen mal Medikit. Wir haben nur noch acht, aber immer noch besser als vorhin. Was ist los? Und wo treffen die uns denn? Oh, 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 ducken. Scheiße, der trifft uns trotzdem. Ich hab eigentlich gedacht, dass das richtig cooles Ding ist hier oben. Fuck, ey. So, holen wir uns erstmal die Energie. Hier kann man durchschießen, okay. Fuck, ey. Wir werden mal ne andere Waffe nehmen müssen. Die hier. So, jetzt kommen wir wieder von der anderen Seite. Da rechnet sie nicht mit uns. Ja, ich bin raus. Da bin ich nicht mehr. So. Einer weniger. Ich bin hier drauf, so. Ich seh nix, ich seh nix. Bringt nix, bringt nix, ich seh nix. Ich seh nix. Oh, nein. Nein, ich bin gestorben. Das elfte oder zwölfte Mal. Ich zähle jetzt nicht mehr mit. Fuck, wann war denn das letzte Mal das Speichern? Hier oder was? Ja, das ist noch okay. Kommt her, kommt her. Ah, genau. Was habt ihr jetzt davon, wenn ihr so dumm seid und euch mit mir anlegt? Hab ich die schon alle vier erwischt, oder? Nicht so aus. Shit. Da drüben ist noch einer, den wir haben, wenn wir mit der Waffe hier runterholen. So. Ist er jetzt tot, oder hab ich ihn immer noch nicht umgebracht? Der ist tot, oder? Alles andere wäre ziemlich lächerlich. Hab ich gerade zwei mit einem Schuss getroffen, oder was? Das ist richtig geil. Oh, fuck. Das ist der Typ mich da und trifft. Das verbraucht zu viel Energie. Ich muss aufpassen. Ein bisschen vorsichtiger sein. Scheiße! Ich kann doch nicht jedes Mal ein Medikit verwenden. Aber so schieße ich halt vorbei, wenn ich nicht ranzoom. Ist auch kacke. Was? Hab gar nicht geschossen. Hab ich da gerade einen toten Winkel erwischt, oder was? Nochmal probieren. Ja, er sieht uns nicht. Sehr schön. Na also, es geht doch. So. Trotzdem ärgerlich. Den Winkel hätte ich vorher rausfinden sollen. Dann hätte ich mir hier deutliche Munition sparen. Na gut, ich hab einen Schuss abgegeben, der daneben ging, glaube ich. Okay, Munition hätte ich mir nicht unbedingt besparen können. Aber ich hätte mir Medikits und Energie sparen können. Neun Stück haben wir. Ist immer noch gut. Ist immer noch gut. Wom läuft denn der so behindert? Hab ich irgendwie Laufen eingestellt, oder was? Komm mir gerade sofort, wenn er ziemlich langsam laufen würde. Aber okay, das gefährlich schon mal. Ah, zwei Westen. Sehr schön. Dann wechseln wir mal wieder die Waffe. Hier geht bestimmt nicht lang. Kleines Mädchen? Nein. Ich find's geil, dass diese Leichnen immer so verkohlt sind. Sieht lustig aus. Oh, wir haben volle Rüstung. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Was? Ich will doch nicht erzählen, dass wir volle Granaten haben. Ich wollte schon sagen. Wir können ja zumindest mal diese Waffe austauschen, wenn wir keine Munition haben. Sollte das eine gute Idee sein. Aber wobei, da können wir jetzt auch die nehmen, oder? Ja, ich nehme jetzt die. Von daher haben wir meistens genug Munition, weil da die ganzen Soldaten fast immer mit der Waffe selber schießen. So, jetzt haben wir wieder zehn Medikits. Sehr geil. Was sagt die Zeit? Na, die Zeit sagt, dass wir mal langsam aufhören sollten. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier an diesem dreckigen Hinterhof die Aufnahme. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Eine gute Hand, das Doppelte von dem, was ihr mir wünscht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Paxes. Ich liebe euch. Und ja, abonniert mich mal wieder. Liked mich auf Facebook. Unten in der Beschreibung habt ihr meinen Facebook-Link. So mal als kleine Werbung zwischendurch. In diesem Sinne, macht's gut. Ich liebe euch alle. Tschö, tschö.